Hallo, es geht um Einsamkeit. Ich bin Eva Blodarek, ich bin Diplom-Psychologin, Coach und Buchautorin und ich möchte gerne heute darüber sprechen, wie man dieses quälende Gefühl der Einsamkeit auflösen kann. Ich weiß, viel Spaß macht das Thema nicht. Im Ranking liegt es wahrscheinlich nicht zwischen Krankheit und Tod. Denn Einsamkeit tut höllenmäßig weh. Gehirnforscher haben sogar festgestellt, dass dabei, wenn man einsam ist, die gleichen Areale im Gehirn berührt werden wie bei körperlichem Schmerz. Nun ist es so, dass viele von uns einsam sind und auch viele von denen man es gar nicht erwartet. Warum tun die sich denn eigentlich nicht alle zusammen? Ich finde, das ist doch eine gute Idee. Man outet sich, ich bin einsam, sieht, ach, der andere ist es auch und dann kann man sich doch zusammentun und ist nicht mehr einsam. Ich habe dazu auch etwas entwickelt, ein Design und zwar ein T-Shirt. Schauen Sie sich das mal an. Da steht drauf, ich bin einsam. Das können Sie dann eventuell bei Ebay erwerben und Sie tragen das und können dann sofort Ihre Leidensgenossen identifizieren. Ne, das geht gar nicht. Denn Einsamkeit ist ein großes Tabu. Aus gutem Grund. Einsamkeit, vermutet man, hat als Hintergrund immer einen Mangel. Da stimmt doch irgendwas nicht. Wenn alle anderen Familie haben, Freunde haben, Partner haben, nur ich nicht, dann ist ja wohl was nicht in Ordnung bei mir. Und tatsächlich, andere gucken dann auch schon ein bisschen schief. Einsamkeit ist also ein großes Tabu. Dabei erwischt es jeden irgendwann im Leben. Da gibt es zwei verschiedene Ursachen. Das eine sind die äußeren Ursachen. Wenn Sie in eine Stadt ziehen, wo Sie niemanden kennen, sind Sie natürlich einsam. Oder wenn Sie gerade eine Trennung hinter sich haben oder vielleicht ein lieber Mensch gestorben ist, dann kommt erst mal die große Einsamkeit. Dagegen lässt sich aber auch konkret etwas tun, nämlich indem wir uns nicht mehr als Opfer sehen, sondern über kurz oder lang aktiv werden. Anders und komplizierter ist es bei Einsamkeit als Grundgefühl. Hier liegen die Ursachen auch viel weiter zurück. Meistens stammt dieses Einsamkeitsgefühl aus der Kindheit oder Jugend, wo wir gelernt haben, wir zeigen uns besser nicht, so wie wir sind und wie wir fühlen, denn dann werden wir verletzt. Ich habe für dieses Verhalten oder für dieses Gefühl, so wie man es dann später auch noch als Erwachsene hat, ein Bild gefunden. Und zwar, innen sitzt eine kleine ängstliche Maus. So können Sie sich so vorstellen wie zwei konzentrische Kreise. Im inneren Kreis die kleine Maus und im äußeren Kreis der mächtige Löwe. Das ist unsere Maske, die wir tragen, der Souveränität, mir kann keiner, ich bin intelligent, ich bin tüchtig, ich bin brillant. Nur so kommen wir nicht aus der Einsamkeit heraus. Da gibt es nur einen Weg, die Maus muss raus. Im Klartext, wir müssen uns anderen so zeigen, wie wir sind, denn sonst werden wir immer dieses Gefühl der Isolation haben. Dazu ist es wichtig, dass wir wenigstens einen einzigen Menschen finden, dem wir vertrauen können und wo wir langsam nicht überstürzen, ihm zeigen können, wie wir wirklich sind. Und wenn wir dann erfahren, wir werden nicht verletzt, wir werden nicht ausgenutzt und die Welt stürzt nicht zusammen, wenn wir unsere Schwächen zeigen, dann haben wir sehr viel gewonnen. Dann haben wir von einem Herzen zum anderen Herzen ein Band geknüpft. Und das ist das Ende der Einsamkeit. Zu den verschiedenen Ursachen der Einsamkeit habe ich auch jeweils ganz spezifische Lösungsmöglichkeiten zusammengestellt. Die finden Sie in meinem jüngst erschienenen Buch Einsam vom mutigen Umgang mit einem schmerzhaften Gefühl. Puhre marriage vom Arm-A's. Perlassen keines AusgСi пğl vaccines Ausg的話 M phğl Gbs Ausgure Ausgure Ausguring Ausgure 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 Ausgurez Ausgure Untertitelung des ZDF, 2020